Eyo, kurz buchstabiert für die Legastheniker, dreckig Oldschool, Pott und Decht, ist hier das Thema klar? Wir haben da was am Start, doch dabei sein gelassen, es zu versuchen, es hier bei Norallen recht zu machen. Ist halt nicht zu schaffen, uns aber auch Latte, statt dem Club zu hampeln, nicken Köpfe zu der Platte. Eyo, Currywurst gefressen und den Lockstoff versendet, echt und echt, da kennt sich, der Robot ist unendlich. Ben und ich, wir halten goldene Zeiten in Ehren, denn bei uns stimmt die Chemie, bei der Konzern. Was ist das, was ist das? Sag's nochmal, sag's nochmal. Deshalb zugehört und aufgepasst, die beiden Jungs sind wieder aufgewacht und haben direkt ein neues Fass aufgemacht. Ganz feiner Jahrgang mit nem roughen Geschmack, ne Note 90er im Abgang und das klassisch verpackt. Denn während alle sich sonst suchen und ne Band zusammenstellen, bleibt das Tech-Team mit Technics auch weiterhin rebell. Ey, wir schreien es in die Welt, von den Bühnen hier im Westenladen, jeden ein, der fronten will und battlen dann die Gäste. D-O-P-E-Shit, straight up aus Ruhe, York, weit entfernt von jedem süddeutschen Kurort. Rap geht's wieder gut dort, danke der Nachfrage. Doch er ist gelangweilt, weil er halt auf meine Parts wartet. Auf Annie's Beat und auf Hip-Hop ohne Poppapier. Underdogs an der Spitze, Mann, so wie Kloppos Team. Und jetzt sag mir, unser Scheiß wird zu 90s. Ja, weiß ich, danke, dass du Bescheid gibst. Das ist D-O-P-E-V. Was ist das, was ist das? Das ist D-O-P-E-V. Huh? Das ist D-O-P-E-V. Yeah. Das ist D-O-P-E-V. Was sind wir, was sind wir? Das ist D-O-P-E-V. Komm schon. Das ist D-O-P-E-V. Wie das Nummernschild von Kick. Frag mal um, so oder schlucke. Im Revier kennt das hier jeder, so wie Bunker-Weltler-Mucke. Von den Unterweltler-Pushern bis zu Uni-Dozenten. Hält bald jeder dieses Tape in den Händen und bleibt drauf hängen. Denn der Cut kommt nicht von ungefähr. So viel steht fest. Erhöhen. Stetig die Dosis wie in nem klinischen Test. Ey, yo, den Fusel im Eisfach. Wodka und Reissschnapp. Drehen Dübeln in paar Züge. Digga, das, was dich high macht, bloß die Scheibe von uns bei. Ey, wir haben paar heiße Eisen und von damit das Gerüst. Mein Freund, du siehst es schon von weitem. D-O-P-E-Druck aus Stahlbeton am Horizont. Auf nem Strengsatz der die Splitter weit bis in den Orbitbomb. Das ist fest vorgenommen, vorausgesetzt, ihr ordert schon. Bevor es knallt, ein letztes Mal, kann ich euer Ohr bekommen. Denn ab jetzt ist dieser Point of no return. Wir sind gekommen, um zu bleiben, doch geboren, um zu burnen. Das ist D-O-P-E. Was ist das? Was ist das? Das ist D-O-P-E. Ja, genau. Das ist D-O-P-E. Und das ist D-O-P-E. D-O-P-E. Das ist was? Das ist was? D-O-P-E. D-O-P-E. Lauter. D-O-P-E. Lauter Scherde. D-O-P-E. 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 Das ist D-O-P-E. Danke. D-O-P-E. D-O-P-E. Absoluter Hammer. Danke schön Scherde. Das war's mit euch. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.